Hi bei Handy FAQ. Jetzt zum Hands-On vom Zoppo ZP998. Die Besonderheit von dem Handy ist, das 8 Kerne hat, mit I1,7 GHz, ein 5,5 Zoll Full-HD-Display, 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB interner Speicher. Dual-Sync. Die Kamera hinten hat 14 Megapixel, vorne 5 Megapixel. Der Akkorda Kapazität von 2400 mAh. Das Betriebssystem ist Android 4.2 Jelly Bean. Das war's. Ciao.